Peter Sloterdijk exklusiv in Kulturzeit. In den 60er und nicht nur sie muss es getroffen haben, der Vorwurf, Peter Sloterdijk sei ein Faschist. Ein Verkappter, aber eben darum doch umso gefährlicher. Nun ist eine Krise, meine Damen und Herren, von der Ursprungsbedeutung her nicht das, was leider meist daraus wird, nämlich eine Krise. Krise bedeutet ursprünglich Unterscheidung. Von dieser Unterscheidung, genauer von der Kunst der Unterscheidung, lebt die Philosophie. Wenn die Philosophie also doch in die Krise geraten ist, dann unter anderem deshalb, weil sie nicht mehr recht zu unterscheiden weiß. Abgesehen davon gerät die Philosophie natürlich in eine selbstverschuldete Krise, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, ihrer Aufgabe nachzukommen. Und die besteht nun mal darin, ihre Zeit in den richtigen Gedanken zu erfassen. Das Problem liegt auf der Hand. Was ist richtig? Was ist falsch? Und vor allem, was sollen wir tun? Wie handeln? Was hoffen? Diese Fragen stellen sich angesichts der Ohnmacht des Humanismus in den Kriegen, die in aller Welt, aber auch im Herz der Aufklärung selbst in Europa stattfinden, auf neue Weise. Auch die Biotechnologien scheinen ja den Humanismus auszumerzen. Genau zu diesem Thema hat Martin Heidegger 1946 seinen berühmten Brief über den Humanismus geschrieben, mit dem sich Ende Juli diesen Jahres auch der Philosoph Peter Sloterdijk auf einem Vortrag auf Schloss Elmau befasste. Anwesend waren unter anderem auch jüdische Gelehrte. Und die habe Peter Sloterdijk vor allem schockiert mit seinem Vortrag Menschenpark, ein Antwortschreiben zum Brief über den Humanismus. Mit reichlicher Verspätung geriet daraufhin Anfang der Woche in Spiegel und Zeit die deutsche Philosophie ins Trudeln, ja in die Krise. Auf die Vorwürfe des Faschismus antwortete Peter Sloterdijk seinerseits gestern mit zwei Briefen, die in der Zeit veröffentlicht wurden. Abgesehen von der hektisch-hysterischen Reaktion in den Medien will ich gleich im Gespräch mit Peter Sloterdijk den Vorwürfen nachgehen, vor allem aber auch klären, worum es in der Sache nachgeht. Schönen guten Abend, Peter Sloterdijk. Ja, dann sehen wir uns zunächst mal zusammen mit Ihnen, meine Damen und Herren, einen Film von Alfons Meishammer und Nathalie Wappler über die Entwicklungen an. Philosophendämmerung in Deutschland. Einer, der sich schon oft aus dem Elfenbeinturm gewagt hat, ist Peter Sloterdijk. Nun soll er sich als ideologischer Wegbereiter für die biologische Züchtung des Menschengeschlechts ausgesprochen haben. Der Wissenschaft müsse die Philosophie zugeordnet werden, der Praxis die sie legitimierende Theorie. Und das soll er auch noch öffentlich gesagt haben vor internationalem Publikum im bayerischen Schloss Elmau am 17. Juli 1999. Dort sprach Peter Sloterdijk anlässlich eines Symposiums mit dem Titel »Philosophie am Ende des Jahrhunderts«. Sloterdijks Beitrag dazu »Regeln für den Menschenpark«, ein Antwortschreiben zum Brief über den Humanismus von Martin Heidegger, geschrieben 1946. Während des Vortrags und bei der anschließenden Diskussionsrunde schien alles im Rahmen einer philosophischen Debatte zu bleiben. Es hat Irritationen gegeben bezüglich des ersten Teils des Vortrags von Peter Sloterdijk, bezüglich der Interpretation der beispiellos düsteren Jahre nach 1945 in Bezug auf Heidegger. Und Saul Friedländer hatte anschließend, hatten wir eine Extrasitzung organisiert, um ein Gespräch zwischen Sloterdijk und Saul Friedländer, was wir auch aufgezeichnet haben, moderiert von Christoph Schmidt, dem Tagungsleiter vom Lehrinstitut, wo Saul Friedländer eine einzige Frage nur an Sloterdijk stellte und sagte, haben Sie für Heidegger gesprochen oder für Ihre eigene Meinung dargestellt? Und Sloterdijk hat ganz präzise geantwortet, ich habe Heidegger kritisieren wollen und teile nicht diese Auffassung. Wenige Tage später. Ein Rauschen im Blätterwald, dass das jetzt mit einer seltsamen Verzögerung zum Orkan wird. Der Vortrag sei ein Skandal gewesen. Sloterdijk habe Heideggers Humanismuskritik radikalisiert und die These gewagt, der Mensch müsse nicht nur gezähmt, sondern auch gezüchtet werden. Und das mit Hilfe der Gentechnologie. Das deutsche Feuerton ist sich einig. Sloterdijk denkt im Windschatten von Nietzsches Übermensch. Der wiederum wehrt sich, das alles nicht so gesagt zu haben, beziehungsweise falsch zitiert worden zu sein. Das Manuskript, aus dem die Zitate stammen, habe er nicht autorisiert, obwohl es in Schloss Elmau auslag. Sloterdijk untersagte die Verbreitung des Textes. Grund, sein gesprochener Vortrag unterscheide sich vom Manuskript. Er selbst wolle das Manuskript überarbeiten und Anfang 2000 als Buch herausbringen. Ein Vorwand? Seit heute gibt es diesen überarbeiteten Text bei Surkamp, autorisiert von Sloterdijk. Wenn man den Text liest, sieht man sofort, er resümiert die Geschichte des Humanismus, die der Aufklärung, und kommt dann zum Schluss, dass man nach dem Humanismus und nach der Aufklärung jetzt neue Wege bestreiten muss, um die Menschheit auf einen zivilen Weg zu bringen, um sie zu entbestialisieren. Und ich bin der Letzte, der etwa linken Alarm auslöst bei jeder Gelegenheit. Im Gegenteil, ich bin ein Kritiker von Leuten, die dauernd reflexhaft den Faschismus an der Wand sehen, oder hinter dem nächsten Berg sehen. Aber wenn man diesen Text genau liest, was eben nur wenige bis jetzt getan haben, dann sieht man seine Vision. Und seine Vision ist wirklich eine Mischung aus Nietzsche und Genlabor. Sloterdijk warnt nicht, er propagiert die Zähmung und Erzüchtung des Menschen. Jetzt schlägt Sloterdijk zurück. Gestern hat er in zwei offenen Briefen der ganzen Scheindebatte eine Philosophenintrige unterstellt. Drahtzieher sei der Frankfurter Philosoph Jürgen Habermas. Der Versuche, ihn Sloterdijk zu diskreditieren, trete aber selbst nicht in Erscheinung, sondern lasse Strohmänner wie Thomas Assheuer schreiten. Grund, die kritische Theorie und damit die Frankfurter Schule sei am Ende, und Habermas versuche nun, alle weiteren zukunftsweisenden Theorien zu verhindern. Ich halte den Vorwurf der Intrike gegen Habermas für völlig ungerechtfertigt. Ich habe den Anfang davon, glaube ich, mitgekriegt, weil Habermas aufgrund eines Artikels, den ich relativ unmittelbar nach dem Referat geschrieben habe, da kam Habermas auf mich zu, bei irgendeinem Gelegenheit, hat gesagt, hören Sie mal, was war denn da los? Dann haben wir so geredet. Der Streit scheint sich weiter auszubreiten. Einerseits hält man sich beim Kleingedruckten auf, auf der anderen Seite geht es aber um die Glaubwürdigkeits Sloterdijks, darum, was er gesagt hat und wie er es gemeint hat, und ob der Humanismus umgedeutet wird zur philosophischen Legitimation eines Eingriffs in die Evolutionsbiologie, zur Verwirklichung der Fantasie vom Übermenschen. Ich glaube, Sloterdijks versucht seit Jahren, sich in eine Position zu bringen, sich sozusagen zum geistigen Führer eines Konservativismus zu machen, und zwar versucht er es unauffällig. In dem Moment ist er eigentlich gegen seinen eigenen Willen auffällig geworden. Er hat gedacht, da auf Elmar sind nicht so viele Leute, als er merkt, es wird auffällig, wollte er nicht dazu stehen. Es hat da sehr lange gedauert. Und er musste jetzt, er musste nach sechs Wochen, musste endlich das Manuskript auswirken, er hätte es lieber noch lange geschoben. Ja, im Moment wird dem geistigen Führer, dem vermeintlichen, unterstellt, dass er sich in den Wahn flüchtet, dass er die Welt nicht erträgt nach dem Tod Gottes und jetzt wollen sie Gentechnologie statt Gesellschaftskritik, heißt es. Bevor wir uns mit der, wie ich finde, sehr differenzierten, inhaltlichen Seite befassen, zunächst mal zum Medienskandal selber. Haben Sie denn Beweise dafür, dass die Intrige tatsächlich von Habermas selbst stammt? Also sie stammt zum einen von dem Herrn, den wir zuletzt gehört haben, Rainer Stephan, der bei Habermas bestimmte Knöpfe gedrückt hat, wo er seine Empfindlichkeiten vermuten durfte. Und sie stammt im zweiten Teil und ganz essentiell von Jürgen Habermas, der nun eben eine doch sehr prekäre, sehr geschrumpfte Form von kritischer Theorie nur noch repräsentieren kann, die sich jetzt als etwas erweist, was wirklich vollends auf das Niveau der Intrige herunterkommt. Und ich glaube, das ist ein für die geistige Situation in Deutschland so ein beunruhigendes Symptom, dass es notwendig war, auch auf der Ebene der Personalauseinandersetzung, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Und die Beweise für die Aktion von Habermas, die hinter der ganzen Presseaktion steht, werden im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht sein. Und dann werden die Herren, die jetzt noch sehr laut und sehr frech lügen, viel leiser sprechen. Also die Beweise kommen auf den Tisch noch? Die Beweise kommen? Auf den Tisch? Die kommen auf den Tisch, natürlich. Ebenso wie mein Text auf den Tisch kommt. Es ist natürlich das Recht eines Autors, seinen Text zu bearbeiten, bis er ihn für publikationsreif hält. Ich habe auf dieses Recht verzichtet, im Blick darauf, dass er nun zum Streitobjekt einer öffentlichen, faszinierenden Debatte gemacht werden wird. Und ich möchte nicht den Verdacht auf mich ziehen, ich hätte irgendetwas retuschiert. Also ich habe den Text eins zu eins unter Behebung von ein, zwei Kleinigkeiten jetzt ins Internet gegeben, habe ihn dem Surkamp Verlag über die Presseabteilung zur Verfügung gestellt. Eigentlich hatte ich ja den Wunsch, es noch in einem reinen, sozusagen als einem Papierkrieg durchzustehen. Aber es ist nicht möglich gewesen, wir mussten es jetzt ins Netz. Aber die Zeiten, das sagen Sie ja selber in Ihrem Vortrag, die sind vorbei. Weil nicht mehr wie zu Heideggers Zeiten durchlesen. Ich bin ja selber ein Kind des humanistischen Gymnasiums, ein homme de lettre, würde man in Frankreich sagen. Also jemand, der auf eine nicht ganz zeitgemäße Weise die Liebe zu den Buchstaben erhegt und praktiziert und eine Kultur der schönen Sprache noch in Erinnerung halten will, in einer Zeit, in der Kalküle und nicht-humanistische, nicht-rhetorische Formen des Textes längst in Führung gegangen sind. Zum Inhalt selber, aber zum Humanismus, den Heidegger ja ursprünglich auch in Frage stellt. Das Original liegt hier bei uns auf dem Tisch. Was ist denn dieser Humanismus heute für Sie? Beziehungsweise was hat dieser Humanismus mit Zucht und Züchtigung zu tun? Nur so viel behaupte ich, dass ich sagen möchte, die alten Humanisten waren in mancher Hinsicht nicht so dumm, wie die ganz modernen, die ganz flotten Gentechnologen, die die Humanitätskultur ganz abschreiben wollen, immer zu behaupten pflegen. Deswegen habe ich an drei eminenten Beispielen, am Beispiel Heidegger, am Beispiel Nietzsche dann vor allem und am Beispiel Platus da zu tun, versucht, dass auch in der Zeit der Paideia, in der Zeit der Erziehungsutopie manchmal schon Antizipationen entstanden waren, die darauf hindeuteten, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht nur erzogen wird, sondern auch vielleicht in einer weitergehenden Weise produziert werden wird. So klingeln wahrscheinlich bei den meisten Leuten die Alarmglocken. Nietzsche denkt man an den Übermenschen, Plato denkt man daran, dass eine Aristokratie, Aristokratie, ich kriege es nicht richtig hin im Moment, bestimmen soll, wer denn nun eigentlich was zu machen hat. Distanzieren Sie sich davon? Kritisieren Sie das? Oder ist das Ihre Meinung? Also ich glaube, dass das Problem der Eliten in modernen Gesellschaften akuter ist denn je. Was Plato dazu beitragen kann, das vermag ich nicht zu beurteilen. Nietzsches Konzept des Übermenschen spielt in dieser ganzen Angelegenheit überhaupt keine Rolle. Deswegen ist für mich auch der Titel des Zeitartikels von Thomas Assheuer eher satirisch zu verstehen. Das Zarathustra-Projekt, das ist eigentlich der Titel eines Science-Fiction-Romans, nicht gerne gelesen hätte. Aber es kann nicht der Titel einer Besprechung meines Aufsatzes sein, der ja eher eine leicht resignative Grundtönung hat. Ich habe ihn ja vor zwei Jahren schon einmal vor einem Publikum von 500 Menschen in Basel gehalten im Rahmen einer großen Tagung über Humanismus. Wie erklären Sie sich dann aber die Aufregung? Also sind Sie möglicherweise sozusagen als Objekt der Kritik der Frankfurter Schule in dieselbe Lage geraten, in der er einst Heidegger war, als er von Adorno kritisiert wurde? Oder wie erklärt sich diese Aufregung? Also diese Aufregung erklärt sich in meinen Augen dadurch, dass unser gesamtes Mediensystem zurzeit in einer Umstellung begriffen ist von Information auf Erregungsproduktion. Also egal, was ich geschrieben hätte, darauf kommt es im Moment, also aus meiner Sicht gar nicht so sehr an. Ich glaube, wir beobachten heute die Heraufkunft eines Typus von Journalisten, die eine instrikte Analogie arbeiten zu den Politikern, zynischen Politikern, denen man früher unterstellt hat, sie würden ihr Publikum als bloßes, wie man damals sagte, Stimmenvieh benutzen. Ich bin der Meinung, und dieser Vorgang hier beweist es, und sobald man den Text vorlegen wird, wird es allen klar sein, und diese Herren nutzen jetzt nur diese winzige Zeitspanne aus, die bis zur Publikation des Textes noch vergeht, hier wird das Publikum in einer Weise verachtet, dass man es in der Tat wirklich nur noch so als Skandalisierungs-, als Erregungsvieh benutzt. Und die ganze Presse ist aber leider im Zeitalter der totalen Öffentlichkeit so miteinander verschaltet, dass sie nicht anders kann, als diese Reizleitung weiterzugeben, bis an den Endverbraucher. Aber ich stürze nicht das. Ich hoffe nicht die ganze Presse, weil wir sind ja auch Presse, wir gehören ja auch dazu. Eben, aber ich sage, wir müssen diese Reizleitungen freimachen für die Information wieder, gegen die bloße Erregung und gegen diese aufputschende Pseudokommunikation. Und was ich Jürgen Habermas vorwerfe, ist dies, dass er, der große Kommunikator, der Theoretiker des kommunikativen Handelns, hier eine echte Undercover-Aktion gestartet hat. Heute hat in Interviews gegenüber der Presse mindestens einer der beiden Autoren offiziell zugegeben, dass er von Habermas diese Mission erhalten hat. Und ich werfe Habermas vor, dass er zu der Dekadenz der Diskussionskultur etwas beiträgt, wenn er einen ebenbürtigen Kollegen mit diesen skandalisierenden Methoden anzugreifen versucht. Nur gibt es ja andere Leute, die sagen, Mensch, der Habermas, der hat doch das gute Recht, sich mit anderen Leuten drüber zu unterhalten, ohne direkt mit dem Sloterdijk in Kontakt zu treten. Hören Sie, wir sind seit 15 Jahren Autoren desselben Verlages unter demselben Dach. Und ich habe bei Vorgängen von dieser Tragweite als Kollege und als ein argumentierendes Lebewesen ein Recht angesprochen zu werden, nicht nur denunziert zu werden. Also wenn ein Kommunikationstheoretiker als Denunziant auftritt, dann ist seine theoretische Würde in einer Weise losgestellt, dass eigentlich seine ganze Theorie widerlegt ist. Gibt es nicht eine gewisse Freude auch an diesem Spiel, was jetzt in den Medien entfacht ist? Normalerweise sitzen die Philosophen ja in den Elfenbeintürmen und da bleiben sie auch sitzen. Ich bin durchaus der Meinung, dass die Philosophie ihrer Wirtsgesellschaft, wenn man so sagen darf, den Beweis schuldig ist, dass sie nicht nur wie ein immer harmloser werdender Parasit in ihr sitzt, eine immer wirrer vor sich hin blühende Orchidee, sondern sie ist der Gesellschaft den Beweis schuldig, dass sie auch zu etwas gut sein kann, nämlich der Gesellschaft zu einem Bewusstsein ihrer avanciertesten Problemstellungen. zu verhelfen. Und ich lasse mich nicht für das Formulieren und für das Vorausformulieren von Problemen denunzieren. Das muss man klarstellen. Wir können das natürlich inhaltlich hier nicht behandeln. Dafür ist unsere Sendung zu kurz. Aber in welche Richtung geht denn eigentlich Ihr Vorschlag? Humanismus heute. Die Fragen liegen auf dem Tisch. Sie fragen, hat teilweise Heidegger schon gestellt. Die Fragen haben Sie neu formuliert. Das ist das Problem Gentechnologie. Das ist das mögliche Scheitern oder die Krise der Aufklärung, wie auch immer. Welchen Weg nehmen Sie raus? Es gibt eine Stelle, die von den bisherigen Lesern zu Recht als eine über den Sinn entscheidende Passage hervorgehoben worden ist, wo ich sage, angesichts der real entfalteten Potenziale im Bereich der Biotechnologie ist es für unsere Gesellschaften unentbehrlich, sich auf breiter Front Rechenschaft darüber abzulegen, was möglich sein wird, was nicht möglich sein wird, wo die Risiken liegen und was man zulassen wird, was man nicht zulassen wird. Also ich bin durchaus dafür, dass im Bereich der medizinischen Optimierung des Lebens für Einzelne die Grenze weiter hinaus verschoben wird. Ein Schlagwort von Ihnen ist ja, wir kommen sozusagen vom Lesen weg zur Auslese und damit also zur Gentechnologie. Läuft es denn in die Richtung oder gibt es da Grenzen? Ich glaube, dass gesellschaftliche Prozesse zurzeit, vor allem in den USA, wo also durchaus bedenkliche Formen, sozusagen das Genetic Screening über die Krankenversicherungen bereits implantiert sind, eine Sortierung der Bevölkerung in den gesünderen und in den krankeren Teil vorgenommen wird, der über längere Fristen betrachtet zu einer regelrechten Neuzüchtung der Gesellschaft führen würde. Also nächste Woche... Und das muss ich sagen, das ist ein Thema, über das diskutiert werden muss und man sollte Philosophen, die es fertigbringen, solchen eher abstrakten Fragestellungen und ihrer Zurückverknüpfung zu der ganzen alten Tradition, daran liegt mir sehr viel, wieder ein öffentliches Profil zu geben, nicht vorwerfen, dass sie mit der Rhetorik der NS-Ära spielen. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Sloterdijk, wir werden es weiter verfolgen. Danke, dass Sie hier waren. Und den Artikel, um den es ging, meine Damen und Herren, den können Sie über den Surkamp Verlag beziehen, neuerdings auch im Internet. Oder Sie warten einfach gelassen, wie es philosophischer Arbeit ja eigentlich entsprechen sollte, und warten bis zum Frühjahr, wenn der Artikel zusammen mit vier weiteren Beiträgen zu Heidegger von Peter Sloterdijk bei Surkamp erscheinen wird. Nicht nur Theoriegebäude stehen ja manchmal verlassen herum und zerfallen, bis sich jemand ihrer annimmt, in gewisser Weise ist der Mensch ja selber auch ein Haustier.